Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Stadtgespräch Böblingen. Wir sind einmal mehr in der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen Sindelfing und ganz herzlich begrüßen darf ich Dr. Stefan Belz. Er ist der neue Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Schön, dass Sie heute da sind. Ja, hallo Herr Zürn. Ja, die Wahl ist jetzt gerade mal stark eine Woche her. Haben Sie eigentlich schon verstanden, was da passiert ist? Weil Sie haben nun wirklich für viele überraschend gewonnen. Also ich habe nicht nur für viele überraschend gewonnen, sondern ich habe auch für mich überraschend gewonnen. So langsam fange ich an zu realisieren, was da passiert ist und ich fange jetzt so langsam an darüber nachzudenken, was die ersten Schritte sind, die ich dann als neuer Oberbürgermeister für Böblingen und Dagersheim auch angehen muss. Und ja, wie gesagt, das war eine fulminante Überraschung am Sonntagabend. Ja, viele haben ja gedacht, es gibt wahrscheinlich dann einen zweiten Wahlgang. Wenn überhaupt jemand Chance hat, ist ja immer schwierig, gegen Amtsinhaber zu kandidieren. Das war für Sie alles kein Thema. Sie waren überzeugt, Sie können es packen. Wir haben tatsächlich eine Strategie ausgearbeitet schon für die zweite Phase, also für die Stichwahl oder Neuwahl, wie es richtigerweise heißt. Und ja, diese Strategie, die wir uns ausgedacht haben, die war am Sonntagabend dann obsolet. Ja, schön für Sie. Amtseinsetzung ist aber erst in ein paar Wochen Anfang April. Genau. Das heißt, ab da haben Sie dann auch die Visitenkarte mit Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Richtig, derzeit. Ich bin jetzt gewählt mit dem besten Wahlergebnis und jetzt alles andere wird jetzt die Stadtverwaltung von Böblingen vollends klären. Ja, ich stelle mir vor, da gibt es einiges zu klären. Zum Beispiel auch mit Ihrem bisherigen Arbeitgeber. Sie haben ja einen Job gehabt. Sie waren in der Luft- und Raumfahrttechnik tätig. Was haben Sie da genau gemacht? Also ich bin seit über zehn Jahren an der Universität Stuttgart am Institut für Raumfahrtsysteme beschäftigt und entwickle dort im Bereich Lebenserhaltungssysteme Technologien, um den Astronauten im Weltraum am Leben zu erhalten. Und dort habe ich vor zehn Jahren ein Team aufgebaut, meine Promotion auch angefangen. Und mit diesem Team zusammen ist es uns gelungen, ein Weltraumexperiment zu konzipieren. Und das wird dieses Jahr noch auf die Internationale Raumstation fliegen. Also von dem her auch ein sehr runder Abschluss meiner wissenschaftlichen Karriere. Ja, das bietet ja förmlich das Bild. Sie sind ein Überflieger dann auch in dem Bereich der Kommunalpolitik. Da sind Sie noch gar nicht so lange zu Gange. Seit 2014, da sind Sie gewählt worden in den Böblinger Gemeinderat. Sie sind dort als Stadtrat für die Grünen, Fraktionssprecher. Und Sie haben aber schon Erfahrungen auch noch in einer anderen Wahl gesammelt. Welche war das? Das war als Zweitkandidat bei der Landtagswahl von 2016. Also als Zweitkandidat für Tegler-Walker, die ja dann direkt das Direktmandat im Wahlkreis Böblingen-Sindelfingen geholt hat. Und dort habe ich auch sehr viel Erfahrung im Bereich Wahlkampf gesammelt. Und bereits im Vorfeld war ich selber Ortsverbandssprecher von den Grünen hier vor Ort und habe mich so Schritt für Schritt hinein in die Kommunalpolitik gearbeitet. Was hat Sie gereizt, zu den Grünen zu gehen? Naja, es war eigentlich, 2011 hat alles angefangen mit Stuttgart 21. Ich war das erste Mal in meinem Leben sehr verblüfft über darüber, wie Politik über die Köpfe hinweg gemacht wurde. Damit war ich damals nicht einverstanden. Und die Grünen an sich mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz, das liegt mir sehr am Herzen. Ich war schon als Kind sehr und als Jugendlicher auch sehr daran interessiert, dass wir uns Menschen um unsere Umwelt kümmern und uns Sorgen machen und uns richtig verhalten. Und das hat nachgewirkt und das hat schließlich zum Eintritt bei Bündnis 19 die Grünen gesorgt. Jetzt gab es ja Schlagzeilen, Böblingen hat einen grünen OB. Sie sind aber ganz bewusst unabhängig von der Partei angetreten. Wird es auch so bleiben, dass Sie versuchen werden, nicht nur grüne Interessen in Böblingen umzusetzen oder doch? Also ich habe ein grünes Parteibuch, wobei wir haben kein Parteibuch im klassischen Sinne, aber ich bin Mitglied bei Bündnis 90 die Grünen. Ich bin als überparteilicher Kandidat angetreten, weil es ganz vielen Menschen in Böblingen wichtig war, dass sie eine Alternative zum noch amtierenden OB unterstützen können. Deshalb hatte ich auch dann Unterstützung aus allen anderen Parteien auch oder aus vielen verschiedenen anderen Parteien. Deswegen werde ich jetzt natürlich meine Parteizugehörigkeit nicht aufgeben. Aber ganz klar ist auch, der Oberbürgermeister ist eine Persönlichkeitswahl. Und eine Persönlichkeitswahl bedeutet, man identifiziert sich mit der Person und mit der Stadt. Und ich werde nachher die Stadtinteressen vertreten und keine Parteiinteressen, habe aber natürlich einen bestimmten Fokus auf Nachhaltigkeit, auch auf Klimaschutz und sozusagen das Bewährte bewahren und auch Neues wagen. Sie haben bestimmte Werte, ein bestimmtes Wertesystem und das werden Sie natürlich nicht aufgeben. Ganz genau. Sie sind Böblinger. Was hat Sie jetzt gereizt, so eine spannende Stelle wie an der Uni Stuttgart aufzugeben, um als Oberbürgermeister zu kandidieren? Naja, es ist so, dass ich mir schon auch jetzt im akademischen Bereich überlegt habe, was mache ich nach diesem Weltraumexperiment? Dazu kommt, ich habe jetzt seit 2011 politische Erfahrungen gesammelt und seit 2014 als Stadtrat. Und es ist eine gewisse Leidenschaft auch entstanden, für meine Heimatstadt da zu sein. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte nicht als Oberbürgermeister für irgendeine andere Stadt kandidieren wollen. Es war mir ganz wichtig, das für meine Heimatstadt zu tun. Und dazu kommt eben auch, das ist dann die andere Komponente dabei, dass ich mit der Führung unserer Heimatstadt nicht zufrieden war, dass ich einen Unmut verspürt habe, auch in der Bevölkerung. Und das waren für mich alle Zeichen standen auf Wechsel. Und deswegen habe ich dann entschlossen, ich möchte gern Oberbürgermeister meiner Heimatstadt werden. Was ja gut geklappt hat. Ja. Ja, vielen Dank bis hierher, Dr. Stefan Belz, der neue Oberbürgermeister von Böbling. Meine Damen und Herren, wir machen eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie dran, denn dann werden Sie erfahren, was er so alles vorhat in Böblingen, in seiner Heimatstadt. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen. Heute mit Dr. Stefan Belz. Er ist der neue Böblinger Oberbürgermeister. Ihr Slogan war, Böblingen kann mehr. Was kann Böblingen mehr als jetzt? Also ich kann mich hier sehr gern wiederholen, wie es im Wahlkampf auch der Fall war. Böblingen kann mehr Lebensqualität, kann mehr soziale Stadtgesellschaft und kann mehr Innovation in der Wirtschaft. Und tatsächlich in diesen drei Bereichen bin ich auch überzeugt, dass wir mehr schaffen können, dass wir auch mehr gestalten müssen in der Stadt, weil es letztlich für die Bürgerschaft, der Bürgerschaft wieder zugute kommt. Machen wir es doch vielleicht mal an ein paar konkreten Beispielen fest. Also augenfällig war ja Ihr 1,30-Busticket. Genau. Das wäre dann der Aspekt Lebensqualität oder? Also zur Lebensqualität gehört natürlich ganz im Wesentlichen, die Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen. Und das Stadtticket für 1,30 Euro ist eine Maßnahme dabei. Und die halte ich auch für recht kurzfristig umsetzbar. So innerhalb von einem Jahr, denke ich, können wir da in Verhandlungen mit dem VVS treten und auch eine Entscheidung mit dem Gemeinderat herbeiführen. Aber eben auch für die Radfahrenden etwas zu tun in Böblingen, mehr zu tun als bisher. Und eben mit Hilfe von modernsten Verkehrssimulationen unsere Verkehrsströme neu zu organisieren. Sie wissen, der Masterplan Schlossbergring soll ja letztlich die Grundlage dafür sein, dass wir unseren Schlossberg neu gestalten können. Und da gehört eine gute und neue Verkehrsplanung auch dazu. Vielleicht noch ein paar Stichworte aus den beiden anderen Bereichen. Also soziale Stadtgesellschaft ist für mich Chancengerechtigkeit. Gerechtigkeit zum Beispiel bei einem Gebührenmodell für die Kita-Gebühren, dass wir dort nach dem Einkommen der Eltern die Gebühren staffeln. Letztlich diejenigen, die wenig verdienen, sollen auch weniger Gebühren bezahlen müssen. Dann geht es aber auch um Bürgerbeteiligung. Mit der Politik von Winfried Kretschmann, der Politik des Gehörtwerdens, wurde auch mit etabliert und wurde auch von der Landesregierung ein Planungsleitfaden für die Kommunen herausgegeben, wie man Bürgerbeteiligung vor Ort umsetzen kann. Gerade die Stadtentwicklung ist ja ein recht komplexer Prozess, auch in der Verwaltung. Und an welchen Stellen binde ich die Bürgerschaft in welcher Form auch mit ein. Und dafür müssen Vorschläge mit dem Gemeinderat erarbeitet werden. Und dann gibt es einen Richtlinienkatalog. Und damit verspreche ich mir auch, oder davon verspreche ich mir auch, dass die Bürgerschaft mehr mitmacht und auch viele Entscheidungen besser nachvollziehen kann. Was ja nicht jeder immer gut findet, weil manchmal artet das ja fast aus in so eine Art Wunschzettel. Und es gibt nachher viel Enttäuschung, wenn der nicht komplett umgesetzt wird. Wie wollen Sie sowas vermeiden? Naja, Sie werden natürlich nie eine hundertprozentige Zustimmung bekommen. Das ist auch gar nicht das Ziel der Bürgerbeteiligung. Ziel ist es, die Mehrheit zu bekommen, um eine Entscheidung mehrheitsfähig zu machen. Und diejenigen, die mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind, können aber den Prozess nachvollziehen. Und das ist dann das Stichwort Transparenz. Das heißt, es ist nachvollziehbar, warum eine Mehrheit eine bestimmte Entscheidung gern haben möchte. Und die Verwaltung ist dann, und auch der Oberbürgermeister sind dann damit beauftragt, diese Entscheidung umzusetzen. Im Bereich Wirtschaft, Technologie, was sind da so Ihre wichtigsten Ziele? Also ich sehe in Böblingen ein unheimlich großes Potenzial. Wir haben eine großartige IT-Branche. Wir sind Mobilitätsstandort und wir haben natürlich noch viele kleinere Unternehmen hier in Böblingen ansässig. Und mir ist es wichtig, diese Akteure jetzt miteinander zu vernetzen. Wir wissen, dass die Automobilindustrie vor herausfordernden Zeiten steht. Der Verbrennungsmotor wird nicht mehr die Rolle erfüllen, wie er sie in der Vergangenheit erfüllt hat. Stichwort Elektromobilität und so weiter. Aber auch autonomes Fahren. Und genau dort finden die Synergien statt zwischen IT und Mobilität. Und eigentlich liegt uns ein hervorragend bestellter Acker schon vor in Böblingen. Und jetzt müssen wir eben, ja, müssen wir anfangen, das Ganze auch wachsen zu lassen. Damit man dann auch ernten kann. Richtig. Ganz anderes Thema noch, damit die Zuschauer Sie noch ein bisschen privat kennenlernen. Ja. Sie sprechen vier Sprachen, darunter Schwedisch. Ist das richtig? Das ist richtig. Englisch, Französisch, Spanisch und Schwedisch. Ja. Sie haben erzählt, Sie haben sogar Glückwünsche aus Schweden bekommen. Genau. Wie kommt man dazu, in Böblingen Schwedisch zu lernen? Also ich bin seit, eigentlich seit meiner Jugendzeit bin ich mit dem CVJ Sindelfingen öfters auf Jugendfreizeiten gefahren, noch als Teilnehmer, als Jugendlicher. Später, als ich in einem Studentenorchester gespielt habe an der Universität, wir hatten jedes Jahr Ausfahrten nach Schweden, sind dort auf ein Studentenorchesterfestival gefahren. Irgendwann war der Punkt, ich muss jetzt ein bisschen Schwedisch sprechen lernen. Damit Sie das Bier dann in der Landessprache bestellen können. Genau, genau. Das gute Öl. Und ja, deswegen habe ich dann damals Schwedisch gelernt und es war mehr so eine kleine Leidenschaft. Und ich hatte schon immer etwas für Sprachen übrig und ich finde es immer schön, wenn man in ein Land geht, die Sprache kann, sich verständigen kann, weil man einen ganz anderen Zugriff oder auch einen ganz anderen Einstieg in die Kultur bekommt. Sie haben gerade gesagt, Trompete haben Sie gespielt, Sie haben Aikido gemacht, Sie sind Kletterer, Bergwanderer, Radfahrer. Unglaublich. Fürchten Sie nicht, dass Sie da vielleicht jetzt nicht mehr so arg viel Zeit dafür haben? Das wird höchstwahrscheinlich der Fall sein, dass das ein oder andere wesentlich weniger wird. Ich versuche natürlich immer meinen Ausgleich zu finden. Das sind alles für mich Tätigkeiten, wo ich den Kopf frei bekomme. Und letztlich sind es auch Tätigkeiten, die ich zusammen mit meinem Lebensgefährten ausübe. Und ja, da erholen wir uns und da kriege ich den Kopf frei, um dann wieder für die Stadt da zu sein. Ja, dann erholen Sie sich jetzt erst mal gut von der Überraschung. Sammeln Sie Kraft, damit Sie als neuer OB dann mit Volldampf einsteigen. Und wir wünschen Ihnen alle eine glückliche Hand und auch noch ein bisschen Freizeit, sodass Sie dann doch bei Kräften bleiben. Vielen herzlichen Dank, Dr. Stefan Belz, der neue Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Meine Damen und Herren, das war unser Stadtgespräch heute. Bleiben Sie noch dran. Wir haben noch viele schöne Sendungen hier auf Regio TV und natürlich nächste Woche wieder ein neues Stadtgespräch Böblingen. Guten Abend noch.